Sabag Hägendorf ist Teil der Sabag-Gruppe, einem führenden Anbieter des Baufachhandels in den Bereichen Küchen, Bäder, Platten und Baumaterial. Bauherren und Architekten lassen sich persönlich und professionell beraten. Traditionelle und moderne Stilrichtungen sowie eine breite Gerätepalette zeichnen die Sabag-Küchen aus. Die qualitativ hochstehenden Küchen, echt Swiss-Made, werden in unserer eigenen Fabrikation in Nidau nach ihren Wünschen produziert. Innovation macht auch in der Küche nicht halt, Internet-Lifestyle inklusive. Eine überzeugende Vielfalt präsentieren wir Ihnen auch in der Abteilung Bäder und Sanitär, inklusive Wellnessinseln. Die Auswahl an Formen, Farben und Materialien bringt die Bauherren auf neue Ideen. Badzimmermöbel stammen aus unserer eigenen Produktion. Eine nahezu unerschöpfliche Auswahl bietet die Sabag-Plattenausstellung. Bewährte und neue Generationen von Plattli für Boden und Wand gestaltet Räume im Innen- und Aussenbereich. Bei den Baumaterialien schätzen Bauunternehmer und Handwerker den schnellen und effizienten Service. In Minutenschnelle erhalten Sie die Produkte beim Abhollager. Wir liefern auch direkt auf die Baustelle. Gerne zeigen wir Ihnen unser vielfältiges Angebot. Vereinbaren Sie doch einen Termin. Sabag – Ihr Partner für Bauen, Wohnen und Design.